Teil 3. Wir fangen Richard's Haus an. Hallo Richard. Hallo, kannst du mir ein Buch aussuchen? Nee, ich kann mal kurz was machen oben. Okay. Such ruhig weiter. Ja. Das Buch ist gut. Lesen wir mal ein bisschen. Ich brauche halt Adrenalinschuhe. Das ist der Schleifball. Das ist ein Schleifball. Das ist ein Schleifball. Ich bin ein Schleifball. Ich kann mich auch nicht von dem Physicalen sein. Ich bin ein Schleifball. Du bist ein Schleifball. Ich bin ein Schleifball. Das ist ein Schleifball. Das ist ein Schleifball. Ja, kann man nicht sehen. Ah, heisst, gell, oh. Ich habe den Kulow, der hat aber nicht zufrieden. Jetzt. Ich habe den Kulow. Ich werde nicht zufrieden. Haha, nein, nein, das ist mir nicht. Nein. Hier ist Arzt des Karsch. Nein. Tschau Leute